Wir machen keine Verträge, wir machen keine Geschäftsbeziehungen ein mit Plankenfirmen, weil wir doof sind oder aus Schirschanddudel oder so. Oder weil wir was zu verschenken haben, sondern weil wir sonst unsere Musik nicht machen können. Und mein Problem, was ich dabei habe, ist, man wirkt uncool, wenn man sagt, hier Urheberrecht und so. Aber es wird so getan, als wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby. Und das rumgetrampelt darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt und sagt, euer Kram ist eigentlich nichts wert. Wir wollen das umsonst haben, wir wollen damit machen können, was wir wollen und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Eine Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert. Das einzig Wahre am Rock'n'Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, selber verdienen. Die bekommen wir von Leuten, die sagen, ja, das ist mir das wert. Ich gebe 99 Cent aus für dieses Lied. Das ist die Idee dabei. Das macht den Rock'n'Roll groß. Alles andere ist Subventionstheater. Alles andere ist Strafenmusik. Aber ich möchte kein Strafenmusiker sein. Und das ist eine Frage des Respekts und des Anstands. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So wie es eine Frage auch des Respekts und des Anstands ist, nichts im Supermarkt zu klauen, selbst dann, wenn man wüsste, dass man nicht erwischt würde. Solange das funktioniert, ist das gut. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns natürlich andere Wege überlegen, wie wir unsere Platten produzieren oder eben auch nicht. Denn zu glauben, man könne auf Plattenfirmen verzichten und dann würde man sozusagen trotzdem noch dieselbe Art von Musiklandschaft vorfinden, wie wir sie eigentlich jetzt haben oder, sagen wir mal, vor zehn Jahren hatten, das ist ein großer Irrtum. Und den Leuten, die in den Plattenfirmen arbeiten, also das ist ja kein cooler Job mehr, nicht? Und es arbeiten ja auch nur noch einen Bruchteil von den Leuten dort wie vor zehn oder 15 Jahren, ja? Diesen Leuten zu erzählen, dass sie irgendwie scheiße sind, weil sie bei einer Plattenfirma arbeiten, das ist schon ganz schön dreist. Das habe ich auch niemandem unterstellt. Ich weiß nicht, wie alt sie sind, aber eines muss ihnen klar sein, für die Leute zwischen 15 und 30 gibt es keine endemische Musik mehr. Die haben keine eigene Musik mehr. Die kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Zielpublikum hatten, die ganzen Indie-Labels, da sind alle tot. Die sind alle weg. Was bleibt, ist Volksmusik, deutscher Schlager und Rockmusik für die Älteren. Der Rest dazwischen ist schon tot. Und das ist nicht lustig. Und das ist aber das Problem, gerade wenn man Indie-Rocker ist, wie wir oder so, dass man natürlich, das Letzte, was man gebrauchen kann, ist, uncool dazustehen. Dass sozusagen das Tödlichste, was einem passieren kann. Also halten alle schön die Füße still und die Schnauze und den Kopf unten. Und schauen dabei zu, wie die Sache immer weiter dem Bach untergeht. Und zu glauben, irgendwann käme das Sozialamt um die Ecke und würde die Bezahlung der Künstler unternehmen und dabei würde noch gescheiter Rock'n'Roll rauskommen, das kann man knicken. Und was wir zum Beispiel im Augenblick haben, diese Sache mit YouTube, ja, da muss man mal ganz klar irgendwie die Fronten klar machen. YouTube gehört Googles, das ist ein milliardenschwerer Konzern, die aber nicht bereit sind, pro Klick zu bezahlen. Nun hat aber weder YouTube noch Google uns irgendwas zu bieten, außer, was andere Leute geschaffen haben und da reingestellt werden. Und da sind wir gerade an dem Punkt, wo die Musiker sagen und die GEMA sagt, und die GEMA sind wir letztendlich. Das sind die Komponisten und Textdichter. Wo wir sagen, nein, für dieses Geld kriegt ihr unseren Kram nicht. Und wir sehen nicht ein, dass Milliardengeschäfte gemacht werden, auch mit Werbung in diesem Bereich. Ja, und wir kriegen davon nichts ab. Wir sind sozusagen die Penner in der letzten Reihe. Das ist eine Unverschämtheit. Und da sollte sich jeder, auch junger Mensch, genau überlegen, aber sich wirklich zum Lobbyisten von so milliardenschweren Konzernen wie Google machen möchte. Und das sind große Lobbyverbände, diese Internetfirmen, ja. Und viel stärkere als zum Beispiel die Plantenindustrie. Und bringen dann als Hilfstruppen die ganzen Deppen ans Spiel, die sagen, warum kann ich denn das Video nicht auf YouTube gucken? Ja, dann guckst du halt woanders, ja. Unsere Videos kann man alle bei elementofcrime.de gucken. Da muss man nicht zu YouTube gehen. Tut mir leid, gibt's halt nicht bei YouTube. Bis die nicht bereit sind, dafür auch was zu bezahlen. Denn ein Geschäftsmodell, was darauf beruht, dass diejenigen, die den Inhalt liefern, nichts bekommen, das ist kein Geschäftsmodell. Das ist scheiße. Ja, und ansonsten können sich ja dann alle ihre Lieder von Kim Schmitz vorsingen lassen. Das ist ja eine ganz schön dezidierte Meinung, Herr Regener. Leider ist es nicht schön. Also es tut mir auch leid, dass die jetzt so schwallartig hier runterkommen. Weil bei mir steht es wirklich bis hier. Ich kann das alles nicht mehr hören. Ich kann vor allem die ganzen asozialen Leute nicht mehr hören, die immer sagen, ja, diese Künstler, die sollen das, das sind ja sowieso alles Noten, wenn sie es für Geld machen. Ja, die Leute haben für alles Geld. Aber wir sollen das irgendwie umsonst machen. Was soll das? Auch der Begriff Piratenpartei ist geistiges Eigentum. Und wenn ich morgen hier eine Piratenpartei gründe, steht eine halbe Stunde später der Anwalt der Piratenpartei auf der Matte. So sieht es nämlich aus. Und was weiß ich, der örtliche Chef hier von der Piratenpartei, die hat eine Firma, die machen Apps fürs iPhone, ja. Das ist ein geschlossenes System. Das ist 100% Copyright mit Anwälten und allem drum und dran, ja. Und der Typ sagt, ja, hier, alle schön frei und so weiter. Aber das möchte ich mal sehen, was passiert. Wenn ich mein Programm, das er da gerade verkauft, wenn ich das knacke und ins Internet stelle, für jeden zum Freien runterladen und installieren auf seinem iPhone, dann habe ich die Anwälte von iTunes auf dem Hals, bevor ich überhaupt das Ding hochgeladen habe. Und dieselben Leute, diese ganze Verlogenheit, das ist im Grunde ein reines Banausentum, was geht immer nur gegen die Künstler. Und das finde ich höchstgradig unangenehm, ja.